Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs hoffen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Hofft, hoffte, hat gehofft. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich hoffe, du hoffst, er hofft, wir hoffen, ihr hofft, sie hoffen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hoffte, du hofftest, er hoffte, wir hofften, ihr hofftet, sie hofften. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gehofft. Du hast gehofft. Er hat gehofft. Wir haben gehofft. Ihr habt gehofft. Sie haben gehofft. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich hoffe. Du hoffest. Er hoffe. Wir hoffen. Ihr hoffet. Sie hoffen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hoffte. Du hofftest. Er hoffte. Wir hofften. Ihr hofftet. Sie hofften. Den Schluss macht der Imperativ. Hoffe du. Hoffen wir. Hofft ihr. Hoffen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb hoffen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.